So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Engine Team Rot. Ich habe wie gesagt ein, zwei Aufträge gemacht, um genau zu sein zwei, damit die Story weitergeht. Ich weiß nämlich auch, was ich machen muss. Das Spiel ist auch fast vorbei, da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Ich habe jetzt leider aus Versehen den Dialog weggeklickt. Huch, ein Erdbeben! Aber naja, okay. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Also wir haben zwei Aufträge gemacht, wir haben die TM Schaufel bekommen, die wir noch benutzen müssen und Mike ist ein Löffel aufgestiegen, sonst ist nichts weiter passiert. Oh hallo, du bist früh auf den Beinen, super. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Bei all den Erdbeben kann man gar nicht richtig schlafen. Hey! Hey, Lombrero, was ist los? Wir brauchen euch am Pokémon Platz, doch, was habe ich gerade an, Lombrero. Stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, der Ghoul ist das alle zusammengerufen. Er hat doch die anderen Retter-Tipps versammelt. Lombrero. Super, gehen wir. Super, gehen wir. Lol. Ein Pinsir, wie geil. Sichlor, Rizoros, Golbat, Raichu, Turtok, Megane, Griffel, Mifampi. Oh Gott, wie süß. Oh Gott, das ist Pantimos. Guck mal, wie er es guckt. Wow, sieht ja all die Pokémon an. Ach ja, und Geowatz. Schön, das hätten sich jede Menge Rettatims ausgeschenkt, um zu helfen. Lobrero, ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Die Seite Goulis, was hat er mit einem Rettatims nur vor? Lobrero. Aha. Hallo. Ich vergesse meine Stimme, Alter. Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich, mal so. Es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder so an mich zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Simsalas Team machte sich auf in die Tiefen dieser Welt und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. What? Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsala und sein Team brachen auf, um gerade uns zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Oh nein. Keine Ahnung, wie ist das möglich? Wir sprechen hier vom Simsala. Aber sie sind nicht zurückgekehrt, dafür steht first. Das ist wahr und es scheint, dass Kraudon eine klasse so hoch für uns ist. Was? So stark ist Pokémon am Skraudon? Geh doch in die Höhle und überzeugt dich selbst davon. Warte, mach doch Witze. Dauert, du findest mein Magma. Verbrenn nicht mein Leben neben dem Leibe. Ruhe, seid ihr bitte ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bekannt kein Ort... Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an dem jeder x-beliebige hingehen kann. Deswegen habartig so viele Retter-Teams sich hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezial-Team der Besten von uns zusammenstellen. Die Besten. Wer meldet sich freiwillig? Wer von euch wird das Heldenteam das Abenteuer in den Tiefen dieser Welt an sich nehmen? Wir natürlich, ne? Super, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Lass das, lieber Freunde. Was ist los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, das ist wahr. Aber es gibt da draußen auch genügend Pokémon, die noch viel stärker sind. Ich hab ehrlich gesagt ein ganz bisschen Angst vor dem Kampf gegen Kraudon. Weil der ist Typ Boden und wir haben beide einen Bodenschön. Welche? Ne, warte noch. Es ist Typ Feuer. Feuer, nur Feuer. Oder nur Typ Boden. Ich bin nicht sicher. Ich vergesse das immer. Egal, weil es scheiße. Ich glaube, ich sollte Mike doch nicht Schaufel dabei bringen, weil wenn der dann Erdbeben einsetzt, dann hauaha. Ja. Okay. So, wen wählt er aus? Will keiner vortreten? Mich werde gehen. Nicht Knuff, Enser? Boah. Da, äh. Das, das ist Turtok. Du meinst Team Hydros Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanäle auf seinem Rücken erzeugen Seuchendruck, dass sie sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Es heißt Kraudon sei ein Boden-Pokémon. Okay, Boden. Scheiße. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Funpi ist auch ein Boden-Pokémon. Octillery ist ein Wasser-Pokémon. Ich kann mich mit den Typen aus. Ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Meine Hydro-Pompe wird mit Kraudon kurz im Prozess machen. Hydro-Pompe ist von dem Wasser. Ich bin auch dabei. Okay, wer sagt das? Wer sagt das? Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ach so, sie. Ihre Spezialität ist in Tatnäckigen und lebende Attacken. Sie hält Gegner mit den Ticketaken und greift sie an. In jedem länger ausdauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Schätzchen, wenn ich ein CS-Pokémon sehe, möchte ich jetzt mit all meinen Tentaken umarmen. Ja. Ihr werdet nicht so weit auf jeden Fall vergessen, hm? Wow, Geowals. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist so hart wie Gestein. Er soll sogar eine Explosion ohne bleibenden Schaden standhalten. Wenn Graudon erwacht ist, soll mir das noch recht sein. Ich benutze mein Steinwurf. Dann bleibt er dort, wo er hingehört. Oh, Turtur, Koktele und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Hm. Ja. Ja. Ja, ja, doch, doch. Ist okay. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, um Sarah zu retten. Ja, gute Wahl. Hurra. Ihr präsentiert uns alle. Wir wollen stolz auf euch sein. Hurra. Yay. Gobel ist so richtig happy. Ihr klatscht die ganze Zeit mit den Flügel. Auf geht's. Ich bin Typ Wasser. Hör. Okay. Schön, dass wir es geklärt haben. Schafft es für uns. Rettet sie im Salas Team. Yay. Seht ihr? Die sind ganz schön zäh. Überlass das ihnen. Na gut, es hilft nicht super. Hätten wir sie doch nur begleiten können. Aber was hilft's? Tutox Team kommt bestimmt gut zurecht unter die Erde. Und wir geben weiterhin unser bestes als Retter Team. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz etwas sagen. Nämlich. Nach Grodon kommt nur noch die Stelle mit Rayquaza. Rayquaza ist in einem Dungeon, der 99 Ebenen umfasst. Ich, wenn ich ihn mache, machen würde. Ich würde dauernd sterben. Es wäre mega langweilig für euch. Weil ich die ganze Zeit nur in dem Dungeon bin. Weil die Mystery Dungeon Spiele sind eigentlich eher für die Story gut. Und nicht für das Spiel an sich mit den Dungeons. Deswegen werde ich nach Grodon das Display beenden. Weil ich finde, das reicht dann auch langsam. Oh, Mike. Und ja. Nach Grodon werde ich dann beenden. Ich werde euch dann noch erzählen. Also ich werde noch nachgucken, was nach Grodon passiert. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf einen 99 Ebenen. Ebenen Dungeon. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann macht es euch auch keinen Spaß. Und wenn ich sowieso die ganze Zeit sterbe und ich nicht vorankomme, dann werden wieder fünf Parts damit verschwendet. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt gut. Deswegen werde ich das Let's Play auch an dieser Stelle beenden. Also jetzt nicht das komplette Let's Play. Werde wieder die ganzen Aufträge offline machen. Also so, dass ihr es nicht seht. Weil Aufträge sind jetzt auch nicht besonders spannend. Und danach geht es dann zu Grodon. Da werden dann vermutlich zwei bis drei Parts sein. Und dann ist das Let's Play vorbei. Und dann geht endlich die Pokémon Wetlock Challenge los. Da freue ich mich schon sehr, sehr lange drauf. Sorry, dass dieser Part ein bisschen kürzer war. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao.